Was ist das erste Stück, das entstanden ist auf der Sittar Wall, heißt Weiße Rose. Und es ist eine ganz wilde Mischung aus Indien, Robert Schumann und Gospel. Musik 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 Vielen Dank. Was ich allerdings beim Blues immer komisch fand, ist, dass der Blues ja der Inbegriff des Leids und des Unglücks ist. Und er hat zwölf Takte, das stimmt nicht, er muss 13 Takte haben, weil 13 ist ja die Unglückszahl. Deshalb habe ich einen Blues geschrieben, der heißt Du besser wählst nicht den 13 Bars Bad Luck sitar Blues. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Direkt. 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 Musik 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 Wow. guitar solo 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 guitar solo